Ja, Geralt? Wir haben den Sonnenstein gefunden. Gealpans Geschenk der Weißen Flotte Andilian. Der Legende nach hat sie den Stein nie eingesetzt. Und Gealpan starb vor Kummer. So lange lassen wir Eredi nicht warten. Ich glaube, wir sind soweit. Denk dran, wenn wir dies tun, gibt es kein Zurück mehr. Es ist alles erledigt. Ich bin bereit. Höchste Zeit, dass wir Segel setzen. Und Vic wartet. Na dann los. Jeder, der jetzt noch was von mir wieder kann, nie mal. Nee, gerne haben. Hier, hier und... Danke. Ich glaube, wir wissen, wie man einen Kreis bildet. Sogar die, die gerade keine Augen... Nie haben da Familie. Ich will nur vermeiden... Oh, Geralt. Auf dich haben wir gewartet. Wirklich? Mir scheint, ihr habt schon angefangen. Wir haben Fragen magischer Natur besprochen. Nichts, was dich besonders interessieren würde. Klar. Ich bin ja nur ein schlichter Hexer. Schlicht, doch voller Komplexe. Nicht jetzt, Geralt. Ich hab die auch, liebe Alisea. Du solltest deinen Plan erläutern. Er ist einfach, aber nicht unbedingt einfach umzusetzen. Ich aktiviere den Sonnenstein. Wenn Caranty auf den Ruf reagiert, müsste die Nagelfahrer kurz darauf in der Bucht erscheinen. Die Loge muss verhindern, dass das Schiff in die Welt der NL zurückkehrt, während die kaiserliche Flotte den Fluchtweg zur See abschneidet. Und dann muss das siebte Imlak-Infanterie-Regiment unter Herzog Waratres entern. Mit deiner Hilfe. Ich weiß nicht, das hört sich komisch an. Der Kaiser kleckert nicht. Tut mir leid, ich denke, er ist da gerade pervers. Was ist mit dir? Wo wirst du sein? Ich warte als Reserve. Wenn etwas schief geht, greife ich ein. Hm, wie ein General, der seine Truppen vom Hügel aus kommandiert. Tutest du ins Horn oder schickst du uns Boten? Welch feine Ironie. Doch womit habe ich sie verdient? Hast du Grund, an meinen Absichten zu zweifeln? Meine Damen und Herren, bitte weniger Worte und mehr Taten. Schwestern, wir müssen auf die Klippen steigen. Das ist gut möglich, Alizea. Dem Plan fehlt ein wichtiges Element. Was ist mit Ciri? Ciral wird warten. In sicherer Entfernung von der Nagelfahr. Lass mich raten. So hattest du dir das nicht gedacht. Nein, ich wollte mit dir gehen. So hatte ich mir das gedacht. Aber das lasse ich nicht zu. Viel zu gefährlich. Du hast nicht das Recht, sie herumzukommandieren. Amüsant. Ciral hat das Gleiche gesagt, nur viel lauter. Doch ich habe dieses Recht. Nur ich weiß, wie man den Sonnenstein aktiviert. Und ich tue es zu meinen Bedingungen oder gar nicht. Ciral hat die Stärke meines Arguments erkannt. Zweifellos wirst du das auch. Oh, ich hoffe, ich darf dir wehtun. Ciral, schwörst du am Ufer zu bleiben? Habe ich eine Wahl? Wohin gehst du? Spazieren. Oder ist das auch nicht erlaubt, weil ich mir das Bein brechen könnte? Oh ja, das ältere Blut kann feurig sein. Es bringt nichts, Ciri zu sagen, was sie tun soll. Im Gegenteil. Ich spreche aus Erfahrung. Am Ende macht sie doch, was sie will. Hoffen wir es. Wie bitte? Nicht wichtig. Wir haben wenig Zeit. Wenn du noch was erledigen musst, dir Tränke brauen oder was auch immer willst, mach es jetzt. Später wirst du nicht mehr dazu kommen. Ich warte bei den Booten und den Soldaten auf dich. Es sei denn, du willst jetzt schon mitkommen. Ich könnte ein paar Tränke gut genommen. Ich muss erst mal meine Waffen prüfen. Ich komme bald nach. Lass dir nur nicht zu viel Zeit. Ja, notfalls nochmal zum Zwerch. 100%. 100%. Da fehlt mir echt die Ambus, ne? Da habe ich die aus Versehen mit verkauft. Ja, ich nutze sie auch so selten. Von daher. Heißt da, wovon Reparaturs sitzt. Okay, das kann man nochmal den Arsch retten. Werkzeug. Äh, okay. Ja, doch. Oh, da habe ich die Tränke groß benutzt. Seltenst. Hey, und ich lebe immer noch, ne? Erzehrbares. Das wird knapp. Ich habe nur noch Alk drinne fast. Aber wenn ich zum Händler gehe, der kostet wieder so viel Geld. Ja, ob ich nun fast fertig bin oder nicht. Es kostet Geld. Haben wir hier irgendwo einen? Okay, da ist, da geht die CD rein. Vielleicht kommen wir da. Ah, da ist ein komischer Schmied. Oh, man, da hat Niki das Beste verpasst. Heute. Oh, nix. Nur einen verkackten Schmied hier. Die Suche, kann ich das eigentlich so sehen? Ne, kann ich das noch nicht sehen. Teleporter. Oh, na, 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 na. Kommen wir mal hier hin. Wenn da nichts ist, dann muss ich. Ein Zwärsch, da weiß ich, dass was ist. Nein, hier gibt es nur Tote. super brennt noch Feuer hallo ist da jemand ich wüsste nämlich sonst nicht wo hier auf der Insel eventuell was wäre was ich bräuchte ah da ist ein Ende brauchen wir da hin der ist unter mir will er mich arschen in der Höhle alter Digga steh auf ich muss was kaufen hallo Arschgesicht das kann ich noch nicht mehr hier machen ich kann gar nichts machen hier schon wieder pack solche hier läufst du auch schon wieder in die verkehrte Rieke dass man auch nicht einfach supporten kann ich gehe zu meinem Zwerch da könnte mich mal alle kreuzweise der König der wilden Jagd reiste mit einem riesigen Langschiff meinen Blutdruck dem geht es gerade richtig gut auf Geheiß von Gehls aber ich passe schon auf der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein einem Artefakt mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte geht eine Viertelstunde Niki ne ich war noch nicht richtig so Niki ne 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 die ist das nicht wie wärs mit nem Kugapfelwein oder zeig mir deine Waren Riems bitte hey oh boah ey der Riems ist ja vor den Toten ne aber so viel war da jetzt auch nicht aber immerhin schon weitaus mehr als ich vorher hatte lebt wohl was ist das eigentlich für ein Spiel dieses Gewinnt ich will mir das jetzt mal ankommen einsatz mal kriegst du ne ich will mit dir Karten spielen wind genauer gesagt nicht genügend Einheitsgraden aha eh was was ist der irgendwie ich das jetzt lege eine karte ab und ziehe dafür eine neue was hat denn überhaupt gelegt hunde beginnen aha dein gegner ist am zu aha ok was ist es eine sonderkarte oder spezialfähigkeit ja 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 Das war's für heute. Wann kann ich hier angreifen? Der Gegner passt. Lapp. Er hat schon wieder gepasst. Was ist denn das denn für einer? Hä? Also ich kann nicht steigern. Okay. Okay. Hä? Häh! Häh! Okay, okay, alles klar, wenn es jemand verstanden hat, ich will es nicht wissen. Das Spiel hat mir eindeutig zu viel Action, wow, das Spiel, das, wow, wow, dieses Spiel hat mein Leben verändert. Das Spiel hat mir das Nagelfahr zwischen den Welten, auf Geheiß von Gehls machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein, einem Artefakt mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. Da wäre mein Tutorial geil gewesen. Ach, das Tutorial habe ich am Anfang elegant übersprungen, aha, ich finde den Fehler. Wow. Ja, aber immerhin die erste Runde gewonnen, ich weiß zwar nicht wie, aber ja. Ich hoffe nicht, dass du mich da gesehen hast. Ach, da steht die Kackplätze. Also, Geralt, bereit? Ja. Schnappen wir uns die Bastarde. Mit Vergnügen, Geralt, mit Vergnügen. Hör. Oh, Quest gescheitert, aha. Okay. Machst du jetzt einen auf den Wind? Ich gebe dir mein Herz? Was für eine Art Zauber soll das sein? Ein alter Liebesbrief, uralt. Wie gesagt, dieser Stein sollte ein Liebespaar vereinen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Eredin so etwas mal sagen würde. En Verelit Cireneid. Ada Eich Blen Adenay. Das habe ich auch gedacht schon. Und die Hände zum Himmel. Lieb dein Bestes, Geralt. Land, äh, Eisberg. Kommt jetzt die Stelle, wo ich Köpfe trenne? Stille. Es ist ganz still. Das ist eine Falle. Wir müssen fliehen. Sofort. Diesmal nicht. Nein, Cirelle. Du bist nicht bereit. Du hast keine Kontrolle über deine Kräfte. Ich schaffe das schon. Ciri. Aus dem Weg. Ciri. Das Eis. Ein Zauber. Du musst den Magier finden, der ihn gewirkt hat und seinen Stab zerstören. Nicht nur seinen Stab.